Musik So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pechkeks Grausige Weihnachten, der Adventskalender Und ich bin so gehypt, denn bei Pokémon kamen jetzt die PvP-Kämpfe raus Und heute früh um sieben auf der Toilette Schon den ersten abgeschlossen mit Crazy-O Der konntest gar nicht abwarten Das ist gerade im Hintergrund exportiert Also dich hier drüben, das exportiert gerade im Hintergrund Jetzt schnell das Türchen, das kommt dann online Und nachdem das Türchen online ist, dauert es nicht lang Dann kommt das erste Video zu PvP bei Pokémon Oder wie ich sag, Bug vs. Bug Weil das war wirklich so ein Graus Aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken Und heute ist Donnerstag, der 13. ein Unglückstag Deswegen gibt es heute auch das 13. Türchen Und wir schauen mal, was da heute drin ist So, wo haben wir es denn? Da! Und wie ihr seht, wie könnte es besser sein, als am 13. Einfach mal eine schwarze Katze Die bringt bestimmt Unglück Wenn sie jetzt noch von rechts nach links über die Straße läuft Zack, Türchen hingeklatscht Das haben wir heute Hier kannst du es wenigstens kommen sehen Das packen wir jetzt natürlich wieder aus Erstmal gucken, ob es überhaupt filmt Da habe ich ja schon ein paar Mal die Aufnahmen vermasselt Wieder den ganzen Schrank vollgekrümelt Schwarz Aufbrechen Und den Spruch von heute Da steht Erstmal richtig rum Einer muss es dir ja mal sagen Das wird nichts mehr Haha Oh mein Gott Das denke ich auch meistens Wenn ich das so sehe Dass das nichts mehr wird Das wird nichts mehr Das war es aber von heute Ach, jetzt hätte ich fast schon wieder Wir müssen ja noch den Keks essen Mh 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 Aber weil ich heute so gut drauf bin Esse ich den anderen gleich noch hinterher Mh Mh Das war es aber jetzt von dieser Folge Hier sehen wir uns morgen wieder Am Freitag Am 14. Beim 14. Türchen Und morgen ist auch schon wieder X-Ray Bei Pokémon Oh mein Gott Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.